Nun kann man noch weitergehen und dieses Geschäft ausdehnen. Es ist ja ein Geschäftsmodell, mit dem man viel Knete machen kann. Also dehnt man es aus. Wie dehnt man es aus? Indem man jetzt noch Fremdkapital aufnimmt zu relativ niedrigen Zinsen. Da muss man aber jemanden haben, der sozusagen den billigen Jakob des Geldes spielen kann. Und das hat Alan Greenspan in den USA gemacht, nach dem 11. September 2001. Die Zinsen sind runtergefahren worden, sodass man relativ billig Geld leihen konnte. In Japan waren die Zinsen sowieso ganz niedrig, nahezu null. Man nimmt Geld auf, verschuldet sich und kauft mit diesem Geld diese Kredite oder diese Papiere, bündelt sie und macht damit weitere Geschäfte. Das heißt, die Kapitalbasis wird durch Fremdkapital aufgeblasen und dann macht man entsprechende Geschäfte und Gewinne. Und diese entsprechenden Gewinne, obwohl mit einer großen Kapitalbasis produziert, bezieht man auf die schmale Eigenkapitalbasis. Und das ist das Geheimnis, weshalb Ackermann nun tatsächlich 25% versprechen kann. Und wir halten alle das für verrückt. Aber es ist mikroökonomisch, betriebswirtschaftlich betrachtet gar nicht verrückt. Es ist möglich, indem man nämlich mit viel Fremdkapital, mit dem Hebel des Fremdkapitals, mit diesem Leverage-Effekt operiert und damit souverän umgeht. Und so kommt etwas völlig Absurdes und völlig Verrücktes zustande, dass diejenigen am erfolgreichsten wirtschaften, die sich am höchsten verschulden und am geringsten mit Eigenkapital ihre Geschäfte unterlegen. Die also die Unsicherheit ihres Finanzinstituts extrem steigern und dabei hohe Gewinne machen können. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, ist, glaube ich, einsichtig. Aber es ist vor allen Dingen nur eine mikroökonomische Logik. Und makroökonomisch kommt etwas ganz Schreckliches heraus, auf das etwa Rubini, der amerikanische Ökonom, schon vor einem Jahr aufmerksam gemacht hat. Also zwei Zahlen genannt hat, nicht vor einem Jahr etwa. Die USA, das US-Bankensystem, verfügt über ein Eigenkapital von rund 1.400 Milliarden US-Dollar zusammengenommen. Dieses US-amerikanische Bankensystem verfügt über faule Wertpapiere, die nicht mehr das wert sind, was draufsteht, in der Größenordnung nominell von über 2.000 Milliarden. Das heißt mit anderen Worten, das US-amerikanische Bankensystem als Ganzes genommen ist de facto pleite. Das ist dasselbe, wie es 1934 auch passiert ist. Es ist de facto pleite und dann muss der Staat als Retter reinkommen. In Deutschland ist das übrigens gar nicht anders. Das Eigenkapital der deutschen Banken zusammengenommen ist 360 Milliarden Euro. Aber die Verpflichtungen, die diese Banken haben und die faulen Papiere, die diese Banken in ihren Kellern haben, sind über 1.000 Milliarden Euro. Auch hier kann man also sagen, insgesamt gesehen ist das System pleite. Finanzinnovationen führen also zu hoher Rendite, aber auch zu einer ungeheuren Zunahme der finanziellen Instabilitäten. Das wissen wir seit John Maynard Keynes, dass die Finanzmärkte instabil sind. Wir können es hier in diesem Fall auch im Nachhinein sehr genau nachvollziehen, worin diese Instabilitäten dann bestehen. Nun gibt es noch weitere Innovationen, die eigentlich dazugehören. Diese Kredite, die da gegeben werden, diese Papiere, die da entwickelt werden, zusammengeschneidert werden, entsprechend den Bedürfnissen der Kunden, kundenorientiert läuft das ja alles ab, wird das Design gestaltet. Das wird dann geratet durch Rating Agencies, die aber in aller Regel das AAA, das dreifache A, höchster Qualität, draufhauen. Einfach deshalb, weil wenn sie es nicht tun würden, würden die Unternehmen beim nächsten Mal eine andere Rating Agency den Auftrag geben, sodass sie auch ein Interesse daran haben, möglichst gut das Zeug zu bewerten, auch wenn es nichts wert sein sollte. Und das ist ja auch nicht weiter tragisch, denkt sich so mancher im Finanzsektor. Nicht beim Glas Sekt in einer dieser Bars im Finanzdistrikt von London oder sonst wo. Das ist ja auch nicht weiter tragisch, denn wir sind ja versichert. Wir haben ja CDS, Credit Default Swaps, gekauft. Also wir haben alles das, was wir da in Ausleihungen haben, versichert bei AIG, bei American International Group, dieser weltgrößten Versicherung, die also solche Papiere ausgegeben hat. 62.000 Milliarden an der Zahl, sondern in einem Wert, Gesamtwert von 62.000 Milliarden. Jedenfalls geistert diese Zahl durch die Nachrichten, durch die Finanznachrichten. Und das wäre also viel mehr, als das gesamte Sozialprodukt der Erde ausmacht. Nun haben die Banken aber damit spekuliert und daher haben die Forderungen untereinander, aber auch Verpflichtungen untereinander. Man muss das also saldieren und wenn man es saldiert, bleibt aber netto immer noch etwa ein Wert von 12.000 Milliarden solcher Credit Default Swaps stehen. Wenn die in Anspruch genommen werden sollten, weil die Kredite ja ausfallen und daher der Versicherungsfall eintritt, dann wären AIG und andere Versicherungen mit tödlicher Sicherheit pleite. Und damit das nicht passiert, muss der Staat eingreifen. Jedenfalls denkt man so. Und damit das ganze System funktioniert, hatte man dann auch noch das Gleiche gemacht, wie im real existierenden Sozialismus. In den 60er Jahren bei den neuen ökonomischen Systemen der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, zum neuen ökonomischen System des Sozialismus. Vielleicht haben sich ja einige von euch oder Ihnen mal damit im Verlauf des Studiums oder im Vorleben bei den Älteren, ich war mal damit beschäftigt, da gab es diese wunderbare sogenannte materielle Interessiertheit. Da gab es den Plan und dann gab es das Gewinninteresse des Unternehmens, für das die Manager verantwortlich waren. Aber damit sie es auch richtig machten, mussten sie daran materiell interessiert sein. Und deswegen bekamen sie auch im Realsozialismus Boni und Prämien. Die bewegten sich allerdings auf dem Peanut-Niveau im Vergleich zu den Prämien und Boni, um die materielle Interessiertheit unserer Finanzagenten, der Manager, auch nur so anzukurbeln, dass sie bereit waren, da die Risiken einzugehen, die sie ja eingegangen sind. Sie bekamen die Prämien, aber die Kosten, die daraus dann entstehen würden, das haben sie dann der Gesellschaft überantwortet. Nun sehen wir also, im Finanzsektor hat es einen ganzen Mechanismus von Finanzinnovationen gegeben, der zu einer Steigerung der Renditeansprüche geführt hat, während in der Realökonomie die Überschussproduktion geringer geworden ist oder aber stagnierte, sodass hier eine Diskrepanz entstanden ist, eine Spannung sich aufgebaut hat, die eben in diesem Crash, dessen Zeuge wir gegenwärtig sind, geendet hat. Das ist also die Konsequenz einer Kreditkrise und auch einer Währungskrise. Nun kommt also der Staat ins Spiel, als einziger Akteur, der jetzt noch überhaupt auftreten kann. Er kommt ins Spiel bei der Rettung der Banken, er kommt ins Spiel mit seiner Geldpolitik, insbesondere die Zentralbank, er kommt ins Spiel als Steuer- und Fiskalstaat mit seiner Steuer- und Ausgabenpolitik und er kommt ins Spiel als, wie man sagen könnte, nach Josef Schumpeter, schumpeterianischer Staat, der für neue Investitionsgelegenheiten in der realen Ökonomie sorgen soll. Vielen Dank.